Worin ist Gluten enthalten? Das Gluten ist in vielen Getreidesorten enthalten und wenn man an Gluten denkt, denkt man häufig auch einfach an Weizen und Weizenmehl. Aber auch Dinkel enthält zum Beispiel Gluten und sogar noch mehr als ein Weizenkorn. Auch ältere Getreidesorten wie Karmut, Emmer oder Einkorn, die klingen vielleicht besonders gesund und ökologisch, aber bezogen auf Gluten enthalten sie wie auch Weizenmehl Gluten.